Ich kann mir vorstellen, dass du auch in Situationen kommst, wo du einfach merkst, du musst diesen Spirit oder diese Stimmung da jetzt erstmal einfangen oder du musst die Leute jetzt erstmal kriegen oder du musst erstmal ein Gefühl zu dieser Menge kriegen, die du zum Tanzen bringen sollst. Und man kann wahrscheinlich eine falsche Platte spielen, dann ist es okay. Aber wenn man zwei falsche Platten spielt, dann ist es wahrscheinlich schon schwierig, weil dann der Tanzboden wieder leer ist. Man darf eigentlich keine falsche Platte spielen. Zumindest so lange, bis zum Zeitpunkt. Man darf einfach überhaupt keine falsche. Das heißt falsch, sie muss eben in sich, in dem Fluss richtig sein. Ob sie in sich, falsch oder uns egal. Aber sie muss Stimmen hinten ablaufen. Und das ist eigentlich die große Kunst dabei. Das funktioniert nicht immer. Und man kann es sich auch nicht vornehmen. Man kann auch keinen Plan erstellen. Aber wenn man das im Gefühl hat, dann ist man dann, dann ist es schon toll, wie man so ein Publikum leiten kann. Und man kann es sich auch nicht vornehmen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020